hallo herzlich willkommen zur nächsten runde anno und ich randaliere schon wieder das was letzten part noch näher gemacht hat mache jetzt ich wir haben jetzt eine kurze esspause hinter uns weil wir uns eigentlich waren dass wir hunger haben und jetzt spielen wir da weiter wo wir jetzt aufgehört haben ich weiß nicht mehr wo wir aufgehört haben und weg bist ihr habt nur gesagt wo wir aufgehört haben ja und ist halb ausgefahren wieso fällt bei dir das korte immer ich das aus wie bei mir vielleicht weil ich weiß bei mir ausfällt wenn ich nicht sag und weißt du doch gerade recht ist das ein vorschlag keine ahnung so jetzt haben wir wieder ein bisschen geld jetzt kann ich mein brotback dings besser ausbauen was brotback dings wie viel brotback dings meinst du sie brauch verdammt hättest du mir das davor gesagt hätte im internet noch schaut gibt so einen netten ausrechner das wo ich gar nicht über einfach nur die mal daumen geschätzt das reicht schon dabei würde ich sagen reicht eine backstation vielleicht nur ohrbäckerei mehrere hier ein backhaus mehr entschuldigung äh ich mach's gar noch ein bisschen ich genügend goldmünzen gehen wir nicht auf den senkel ich brauche jetzt einen weg kannst du schnell irgendwas verkaufen zum beispiel beim garibaldi dort das schiff mit stein hast du meinen auftrag etwa schon erledigt oder am live seinen aufdruck abschließen hast du jetzt abgeschlossen nö garibaldi heute in jetzt habe ich ihn abgeschlossen so wo kommt die zollware hier welche zollware milch magst du sie anstatt holz neidau auf ranzig koi dann kommt aber verdammte brauche ich ein anderes schiff kurze schnelle ranzig vorbeifahren lasst holz drin zirks dann einfach noch unten ab welcher warenmenge hast du und jahrhundert genau das ist gleich das holz bitte nicht sorry nur nachrichten das war jetzt gerade aus der klasse wofür wird jetzt bauen jetzt weiß ich es nicht mehr von was vom backhaus willst du eins bauen ich habe gerade überlegt ob ich noch mehr baue red nicht weiter wollte gerade sagen bevor mein gedächtnis ausgesetzt hat red bitte nicht weiter ach jetzt fangen wir bei uns zum schmeicheln was so apropos kannst du ja mir noch hin wir gehen schleimen die welt geht unter ähm lasst die ruten jetzt zu mir nüber an welchen meinst du jetzt genau das brot nüberkommt mit der quale äh ja laft wieso hansrute 4 ja ich schau grad ob es quale tauscht also ob quale das macht oder nicht ja ja und ähm du weißt schon dass ähm bis demnächst kann ich mir mitnehmen kommen dann müssen wir heute da andere lösung finden wie viel brot habe ich da jetzt drin vierer zwanzig ist es für nicht so früh weil da habe ich auch nichts in riss ja auch wieder habe ich jetzt momentan 17 drin vierer zwanzig ja du musst halt auch ein bisschen warten weil es eben erst olaf muss ja ich möchte schauen dass ich möglichst bald aufsteigen lasse damit wir wieder besser bilanz und plus ins plus ach so ich würd eigentlich wissen was soll ich in der schleim ein tribut oder anziehen muss ich nicht erst bleiben anziehen sind wir schon bei alle voll oben keine ahnung jetzt schon wir fordern es auf live ja live warum live und hütegad krägernit die hat uns grad von und sie hat uns geschmeichelt oder irgendwie so irgendwas hat es gemacht geschmeichelt hat es uns aber ich möchte einfach mal 6000 ich möchte noch ein bisschen mehr brot fabrikation das ist glaube ich das ist so prävention sobald ich weiter aus du dann habe ich hier schon mal also hier runter dass sie doch relativ safe stehe selbst wenn ich mehrere du besorgst bier sehr gut das ist schlecht was ich gerade gebracht habe weil was du dass ich bier besorgt weil ihren hilarius na wie war es der doch wie lange der verkauft neben der bier ach so ich hoffe es auch noch mal das bier ist der verkauft auch werkzeug und stein und immer wieder was anders aber deine dein gewürz zeig passt aus zumindestens meckert momentan so apropos ich muss mir kurz jetzt 1 2 wow perfekt 3 was du da noch perfekt 1 2 nein sorry markthäuschen muss kurz ein stückchen weichen so gefällt mir das warum brotst du produziere ich so viel überflüssiges eisenerz entweder verkaufst du so dass du es weiter schau jetzt haben wir vom live eine kleine aufmerksamkeit bekommen sie gerade nicht wow vielleicht was einfach einfach zu viel das was ich gefordert habe ich habe ja von all die 6.000 gefordert hoch hoch sie sind also furchtbar das glas haben wir gesagt erstellen wir auf der insel aber so weit sind wir noch gar nicht was brauche ich für glas alles quarts und was noch für was für glas die dings asche na wie heißt es weiter glas 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 die kommt jetzt auf pot asche ach so du bist in der handelsding drin ja ich habe gerade von dem ding überlegt was ich brauche ja das ist halt ich hätte da nur sagen können was du vom ding brauchst von von gebäuden aber das kann ich auch noch nicht bauen das hätte ich doch schon vorgearbeitet gut aber jetzt kriege ich mal auf jeden fall wow wir haben eine brotproduktion das ist hammer ja und wir sind fast pleite schon wieder und unsere bilanze ist auch genial im negativen was glaubst du was ich mohne ich möchte gerne mein ding ausbauen meine stadt dann nur weiter ausbauen ähm mohne ich schon die ersten aufsteigen auslassen dann wird bilanz aber nur negativer erstmal ja aber dann wird's hoffentlich bald wieder positiver oder wir verkaufen jetzt erst ganz früh dass wir irgendwie einen puffer von 10.000 haben und dann machen wir das wenn wir da schnell den raus und den näher wenn den kontor weil sobald ich den kontor ausbauen kann ähm kann ich nur eine dritte zollware näher achja catfish bitte nichts drauf da gell ne mach damit was du willst da hab ich ja ähm die ähm erhöhte trefferpunkte drauf da also die planken scheiße wir sind im minus wir müssen was verkaufen blaue weite kommen wir bitte wieder hierher zurück irgendwo müsste doch nur ein schiff rumgammeln oh das sind sogar noch zwei sehr schön das magst wenn du den nimmst nö das sind die die ich vorher gebaut hab weil bekannten sehr brauche prometheus prometheus hat 26 ton werkzeug drum ja das ist da drum weil es theoretisch da rein gehört aber praktisch oh jetzt hab ich 40 jetzt sind wir gut mit dabei jetzt habe ich ja meine eigene werkzeugproduktion da dort jetzt machen wir hier bloß noch einmal Mist ich kann nichts bauen ich hab kein geld das werkzeug können wir tatsächlich verkaufen da werden wir noch voll machen da hab ich gesagt ich hab meine eigene Werkzeugproduktion jetzt da drum dann kommst du auch da mit her ich hab mich gerade dazu entschlossen alles was auf die zwei Schiffe drum ist einfach mal zu verkaufen ja ich mach jetzt grad äh ok holz bringt fast nix aber du weißt dass das das zeig ist was eigentlich für mein Aufbau ist ja dann nimmst du davon meine Hauptinsel weil ich produziere hier in Übermaßen ich schätze mir ist dass du hast nicht so von deiner insel was mobsen weil du bist grad ausgefallen geworden Hauptinsel weil ich produziere in Übermaßen ich verkauf das zeig ich verkauf holz ich verkauf Werkzeug also ich weiß es wird so lustig wenn wir Parfüm haben ja wir müssen bloß schauen dass wir mehr Geld jetzt zusammen krank ja ja einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her wegen der Fischerhütte meckert schon wieder sehr schön ja ja auf deiner Hauptinsel wieso da ist verneet vorher da können das gar nicht meckern ja ich find das so es kann sagen dass es einfach nicht abkühlen worden ist ich find das so cool Schatz kriegst Milch an ich weiß nicht ob du Milch dann von da runter liefern lassen kannst ja dafür bereich halt ich eben an der Schifferl weil ich hab mir an der Schifferl drin wo es nur ordentlich transportieren kann dann nimm Prometheus ähm ich weiß nicht was das Werkzeug das kostet davor verkaufen das war eigentlich als Mailplan das ist voll machen dann verkauf aber du kannst das ja erst verkaufen und dann warte mal ist es ranzingen ja okay dann brauche ich nicht ich hab auch wir haben ein Handelsruten da ist das schon drum ach sch mmm pppppp Milch und Milch gola schau ich hab schon wieder Geld organisiert ähm jetzt organisiere ich uns noch ein bisschen mehr du hm ich schau mal ja ich organisiere uns jetzt noch mal ein bisschen mehr weil dann haben wir sicher einen Puff aber ich tue es schon mal runter dort steuern schon mal runter hier bitte oh Gott schau dir unsere Bilanz so schau dir unsere Bilanz so schau dir unsere Bilanz so traurig sehr sehr traurig ähm sorry Werkzeug du wirst jetzt alles verkauft du wirst jetzt alles verkauft du musst werd auch bisschen was verkauft so und dich brauch ich mal kurz wann hat dies oder wie auch du heißt du wirst auch verkauft und ich geh shoppen nur mit rum bitte ach echt so so und dann lass ich meine das ist so cool das ist so cool das ist so ein kurzer Weg und jeder hat bekommen was er wollte hihi ich tue momentan ähm ransing mit Ton auffüllen es kuss gern Mara ach du schu- ach ähm ich brauch mal kurz Tolli und Roger wo bist du ich weiß ich nicht wo du das Schiff hast Upsi so man ist ransing zufällig mit Ton voll äh cool man ist so keine Ahnung du musst schauen dann ja was hast du grad gesagt du bist wieder so viel Ton kann ich noch hinauf du haben genau ist noch grad auf dem Weg mit dem Ton also Achtung Achtung einmal zweimal dreimal viermal fünfmal was du hast du das mit Zeit wieder oh wow wir sind da minus 2600 oh sch hm ähm ganz kurz Schluss ihr habt es vergessen ok geil äh wir sehen uns das nächste Mal ciao 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 ciao